Willkommen zurück zu Let's Play Algorist, Generation of War Zero. Wie gesagt, beim Leveln wegen LP werde ich einfach mal 10 Punkte verteilen. Das sind 9. 12. 14. 16. Habe ich noch viel übrig? Ah. Einfach in Stärke reinballern. Das war's. So dass man zwei Level-Ups quasi symboliert. Mal gucken ob das ausreicht. Frost. Luck. 12 einfach. Noch 4. Machen wir mal dabei etwas defensiver. Alice. Vitalität, Vitalität. Machen wir noch 12. Agi. 3. Und dann noch 6. Machen wir das so. Schöne Mischung. Galios. 1, 2, 3. Vier. 6. 7. 8. Oh Gott. Luck so viel. Ah komm. Kann er gebrauchen, das Luck. Auch wenn Luck eigentlich immer nur... ...evoid und Hit macht. Und Hit macht auch mit Stärke. Also braucht er eigentlich nur Stärke. Warum es gibt nicht Luck? Gute Freude. Ah ja. Das ist aber so scheiße. Vitalität. Das sind 4. Das sind 10. 2. 1. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 6. 6. 6. Passt. Und Ruti, immer noch Level 3. Ach, jetzt würde ich mal einbieten. Boah, hast du Lack? Bitte, wat? Warum so viel Lack? Na ja, gut. Du krepierst sowieso am schnellsten. So, dann hätten wir das hinter uns. Zwei Level-Ups quasi gelevelt. Mal gucken, ob es das hier im nächsten Kampf hilft. Zu Flerok, okay. Dazu noch Essen haben. Leckerem Stein. Bitte, was sind das für komische Dinger? Ich würde sagen, wir bleiben einfach wieder bei der Sache. Einfach stehen bleiben, wird schon irgendwie. Moment. Moment. Ist Galeos jetzt langsamer? Als... 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 Okay. Boah, du kannst nichts treffen. Gut. Du kannst auch nichts treffen. Gut. Du schon. Du bist mit niemandem... Okay. Dann Blast. Da fällt mir ein, wir haben noch neue... Äh... Beziehungsweise in Anführungsstrichen neue Skills gefunden, sondern halt Double-Edged und Sonic-Wave-Cloud wieder. Äh... Da könnte man ja eigentlich... Ähm... Hier sind aber welche voran... Äh... Dafür sorgen, dass man da irgendwie noch Kombos... ...bekommt. Ich denke nicht. Würde ich jedenfalls bevorzugen. Na, zwei Trickles, fangen die was? Nein, tun sie nicht. Ja, gut. Hätte mich auch gewundert. Wenn... Ah... Double-Edge. Hm. Machen wir einfach mal. Kadruple-Attack. Aha. Zweimal Double-Edge funktioniert also. Schön, dass ich das jetzt endlich weiß. Impuls. Mehr können wir nicht machen. Ich bin gespannt, was diese neuen... ...Gegner können. Die da hinten gehen nur zwei rein. Ich hoffe nicht OP sein. Aber das werden sie. Das werden sie. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das ist jetzt endlich. Fru-Tanker-Hotten-Schwert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich versteh mir... Oh Gott. Der eine spart sich... ...äh... ...eine. Das ist nicht sehr schön. Ich will keine Wettbewerbswürden. Hör auf! Du bleibst auch da. Du bleibst auch da. Du gehst noch da. Du wirst glaube ich schon alleine mit dem Pär-Pisch, der sogar zu dir kommt. Nice. So, ich würde sagen, zuerst auf den. Mit Impuls. Mal ein Power-Attack. Na, machen wir mal Rush, Power-Attack, Double-Edge, Double-Edge. Das mit der Power-Attack ist doch nicht so gute Reihenfolge. Also zuerst Power-Attack, dann Rush, Double-Edge, Double-Edge. Hadruple-Attack. War ja fast schon Schaden. Stimmt, ich skill niemals ja voll auf Magnet. Warum greife ich überhaupt mit Power-Attack ohne Kombi an? Das wird doch auch keinen Sinn. Alles klar. Impuls und Black Mist. Ja. Okay, die haben wahrscheinlich eine hohe magische Verteidigung. Ist nicht so toll. Na ja, Black Mist. Kommt der nicht im Effekt? Und natürlich nicht. Gut, danke Nihil. So, was können wir mit euch machen? Du kannst erstmal das wieder machen. Du kannst den Impuls machen. Du kannst nur einen Trick-Hit machen mit Double-Edge. Ich weiß noch nicht, ob wir das hatten. Ich glaube nicht. Und dann? Der wird schon irgendwie passen. Ja, und wie dein magischer Verteidigung hat. Deswegen wird er jetzt nicht vernichtet. Weil ich nicht richtig angerufen habe. Oder Kill Sonic Wave noch. Gute Frage. Ich meine, wenn Trickett jetzt mehr Schaden macht, definitiv kein physischer Aushalter. Das bedeutet, Galios wird ein leichtes Spiel haben. Natürlich überlegt er noch. Jetzt habe ich nicht genügend PP. So, Dumas, Double Edge, Power Attack, Broken Hit. Das macht weniger Schaden als vermutet. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Oh, du kannst ein Trickett. Das macht auch Schaden. Noch nicht so viel wie das Niedel. Ah gut, eigentlich schon. Noch ein Trickett, ach scheiße. Tönt locker dreimal, schön. Könnt ihr zusammen jetzt noch was machen? Schlecht. Ihr könnt alle nichts mehr machen. Harvest, oh Gott. Bitte nicht mit diesem wenig Leben. Okay, außen sieht es aus, aber das will ich können. Oh, du Scheiße. Ja, zum Glück nicht so wie der Heel von Elise. Der heilt ja schon 700. 700 ist nicht gerade wenig. Wow. Nicht bewegt. Dir geht immer irgendwie davon aus, dass ich mich nicht bewege, oder? Du kannst nicht weg, oder? Okay, ihr zwei. Frickett, Earth Needle. Erstens. 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 Probier's einfach mal aus. Wird, glaube ich, deswegen auch nicht killen. Aber wir haben ja noch andere Leute hier angehalten. Ich glaube, das hat die Schirmhaus probiert. Oh, killt sogar noch. Äh, ob das zusammen eine Konvor ist. Wird, ja. Wird, ja. Hätte ich noch was, kann ich was machen. Wird, ja. Wird, ja. Du erreichst sie so dann. Nice. Schade. Ähm, Mail bekommen. Ja, passt. Nicht so viel Schaden, wie vermutet. Auch kein weiterer Schlag, aber was soll's. Durch Galios durch. Wird, ja. Wird, ja. So, du vernichtest jetzt bitte. Hoffe ich einfach mal. Geht doch. Sehr bauer. Wie so oft. Gut, können wir jetzt mal endlich ein Event haben, aber ich denke, das geht danach immer noch weiter. Alter. Alter, die geben Level-Ups hier. Zwei Mann Stärke. Kriegt er einen Hit mehr. Und AG. Passt. So. Intuition. Agi. Lack. In dem Fall nichts. Dann schmeißen wir zweimal Intuition rein. Immer einmal AG mitnehmen. Wäre schon schlecht. So. Endlich Event. So. 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 Ich fühle mich sehr gut. Hier ist der Fall der Angelegenheit. Komm schon, einen Schritt für einen Schritt. Herr Herr, ich glaube nicht, dass ich ein便宜er Schauspieler? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich ein便宜er Schauspieler von Alice. Ich denke, das ist eine gute Chance. Das ist das. Wenn ich das mache... ... 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 Wo ist denn? Ich sehe da nur ein Löwen. Aber ja, ohne Boss kommt man natürlich nicht aus. Äh, Switch-Members? Äh... Lassen wir das einfach mal so. Lassen wir einfach mal so. Kein Bock mich da jetzt stundenlang mit zu befassen. So, dann! Warum? Warum? Diese Feen! Ausstats ab. Attack ab. Ah, ich lasse sie kommen. Ich lasse sie kommen, wie immer. Und gut. Ich kann nur den Löwen angreifen, nicht die dahinter. Und die dahinter können nicht angreifen, das ist sehr schön. Hm. Increases Attack 20%. Increases All Stats 10%. Ah, dann würde ich sagen. Machen wir doch mal ein bisschen was. Das. Burst Hilt. Power Attack. Power Attack und... Double Edge. Das haben wir einmal raus und das reicht. Vorerst. Oh, macht ja ordentlich Schaden eigentlich. Das eher weniger. Bin gespannt, wie viel Schaden mir macht. Viel zu viel. Er macht... Sonic Blast. Auuuutsch. Der macht Schaden. Besonders die da noch dazu. Warum alle auf Leonhard? Seeker, Entschuldigung. Ich verwechsel das immer noch. Auuutsch. Stop doing this. Ach, scheiße. Sie ist auf All-Stat-up, ne? Die kann ich grad nicht erreichen. Ähm... Ein Impuls. Und noch Impuls. Ich will die Fäden so schnell es geht wegbekommen. Aber Impuls macht nicht viel Schaden. Ich glaub, Trickett hätte sogar noch mehr gemacht. Yo, ein Schlapp ist klar. Das war ein... Wastet ein bisschen. Aber gut. Dafür, dass die Verteidigung hoch hat, 10%. Aber das ist kein Schaden. Alles klar. Ich hoffe, demnächst haben wir mehr AP. Keine Mu-Face? Keine Mu-Face? Oder doch ist es kein Mu-Face? Oh ja. Ähm... Du bleibst einfach mal stehen. Du bleibst auch stehen. Und nun gehst hier hin. Er muss einen Schritt weiter nach vorne. Dann gehst du mal hier hin. Und dahin. Passt. Ha, jetzt geht die weiter nach hinten. Er ist sehr toll. Ich hab so das Gefühl, das wird unschön. Weil... Weil ich mich nicht heilen kann. Will oder so. Mal sehen, was war noch Kombo? So... Du erst mal... Ah, was warst du denn ein Double Edge mit Double Edge? Double Edge? Hm... Was hat Sonic Wave nochmal gecomboet? Ein Blast, ne? Ja. Sonic Blast. Double Edge. Was? Was? Haukel. Und das. Impulse Trick Hit. Impulse Black Mist. Einfach mal alles raushauen. Ist ja nur ein Boss. So viel Schaden mache ich irgendwie nicht an ihm. Schade, dass die Fäden keinen Schaden davon bekommen. Vitalität drunter. Das ist sehr gut. Irgendwer macht das auch ein bisschen Schaden. Das... Das dafür gar nichts. Zum E-Mail. Wie viel Schaden machst du? Boah, auch ganz okay. Oh, das macht ja auch schon ein bisschen mehr Schaden. Wirst du davon betroffen, bitte? Nein. Alles klar, Item. Wie ist das? 25%? So, ja gut. Das ist das einzige Heilalter, was ich habe. Alles klar. Ja, benutzen wir das einfach mal. Sonic Blast. Zum Glück habe ich mich geheilt. Zum Glück habe ich mich geheilt. Heelskill will ich auch erlernen. Mit ihm hier. 2x Eisnebel? Ich habe keine Ahnung. Demonic Pandel, das sehe ich jetzt nicht. Irgendwie will ich... will ich das machen. Irgendwie hat niemand mehr was übrig. Also nichts nennenswertes übrig. Ich kann den auch nur treffen damit... ... als... 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 ... alle schon miteinander verworlen. Das klingt gut. Und warum geht er jetzt da hin? Kriegt er auch den... äh, äh, ist jetzt ab jetzt? Das wäre echt scheiße. Du hältst den Bosse auch mit, oder? Natürlich, ja. Ich hab so das Gefühl, gleich stirbt einer. Sogar zwei! Alter, sehr schön. Aber auch die, die mich wiederbelebt. Ach du Scheiße. Joa... Kill noch mehr. Also... Ich weiß ja nicht, wie sie sich das Spiel vorstellt mit dem Leveln, aber... Ist nicht so einfach, nicht geil. Ich weiß ja nicht, wie sie sich das Spiel vorstellt. Jetzt erst mal eines. Ah, duftest ist, dass diese Charaktere nicht mehr dran sind. Na, das reicht jetzt nicht mehr. Oh Gott! Ich dachte, wir hätten AP. Wahrscheinlich, weil jeder gestorben ist. Das ist echt frustrierend! Das hat... gefühlt gar nichts gemacht. Klingflare! Kann ich nicht machen. Ach so, weil... Was ist Klingflare? Kann ich nicht machen, alles klar. Ich hab's schon verstanden. Ich kann die auch nicht mehr. Na, schau da. Double Edge, Double Edge, Rush. Passt schon. Das habe ich noch nie zweimal Double Edge gemacht. Der Boss ist zäh. Da komm ich nicht ran. Ich will den Boss noch mal um 400 hoch, Alter. Ihr Fäden nervt. Und wenn ich da rangehe, dann krieg ich erst recht so viel Schaden. What? Ach, ich bin nicht enthalten. Wow. Warte, 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 warte. Und wie geht es denn? Oh, das ist ja mal so hoch. Wir haben in die Phase schon wieder. Wie geht es denn? Ich komm immer noch nicht ran. Ich komme immer noch nie ran. Wie geht es denn? Ich bin nicht langsamer. Ich will keine Wettbewerbswürden. Hör auf! Du kannst das nochmal benutzen. Geil, wenn man noch braun ist. Du hast da immer noch nicht genug. Du machst gleich eh irgendwann hier. Geil. Muss fahr. Muss. Muss to charge. Alles runter und jetzt kriegst du Schaden durch diese, hoffe ich. Ein bisschen mehr als das erste Mal. Ich hab nicht gesehen, wie die Schaden dieser Attacke gemacht hat. Oha. Oha. Alter. Das ist also die Combo davon. Jetzt ist er auch endlich down. Jetzt machen mich die Feen da hinten immer noch fertig. Ich glaub's nicht. Speed Ring. Wir kommen da nicht ran an Standby. Scheiße. Ah. Nicht wieder mit dir. Ja, die Maiden ist kacke. Kann mich angreifen. Skill. Hier. Ach, ich war da 66 schon. So, ich würd sagen, alle können da bleiben, wo sie sind. Auch wenn ich Alice Richtung ändern hätte können. Eigentlich hätt ich alle nach einem Schritt nach vorne machen können, aber lassen wir mal. Alice schreibt jetzt nicht. Interessant. Noch ein Eisniebel. Hast du so einen cool? Glück hab ich geheilt. Ich sag' jetzt kommt auch noch mal ein Eisniebel. Ich muss... Ah. 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 Sollte aber... Ja. Ausgehalten werden. Wart, ich kann immer noch nicht. Ich will mich verarschen. Aber wer sind die doch schon ran gekommen? Ja, was weiß. Ernsthaft? Das passiert immer noch nicht. Ja, dann lasse ich mich aus der Ferne die Fläche machen. Alles klar. Ach, ist das bescheuert. Eigentlich hätte ich das Item nicht benutzen müssen. Die kann ja mehrmals zielen. Ähm. Eugenio, äh, bleibt mal so wie er ist. Also zwei Level-Up-Seiten haben auch nichts gebracht und dafür hätte ich schon sehr, sehr lange farmen müssen. Also, äh, ah, mit ihm kann ich endlich. Power-Attack. Ach, ich kann das noch mal machen. Oh, okay. Ähm, Sonic-Wave. Oh. Ach, du hast nicht gelingt, APR. Machst du zuerst mal das, damit ich auch weiß, wie viel Schaden das macht. Okay. Müsste ausreichen und ich will gerade keine Overkill machen. So, wie viel Schaden denn Toto? Und warum sagst du Wasser, wenn das eigentlich Eis ist? Movement eingeschränkt. Und Alter, das macht gar keinen Schaden! Irgendwie. Damage, 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 Damage. Lässt dich leider nicht Sex packen. Schade. Wäre lustig gewesen. Wird wahrscheinlich angegriffen, aber das ist mir auch relativ egal. Wird wahrscheinlich angegriffen, aber das ist mir auch relativ egal. wieder. Tag! Ah, renne doch nicht von mir weg, Bibi. Jetzt kannst du dich schon wieder nicht angreifen. Das ist sehr schön. Meine Güte. Das spricht ein bisschen auf. Aber gut. Da kann ich mich schon, ja gut. Lass ihn einfach mal so. Oh, hör auf von mir wegzulaufen, aber jetzt müsste ich dich wenigstens erreichen, oder? Ja, geht doch. Das da, weil du weggelaufen bist. Das hier, weil du scheiße bist. Das hier kommt auch noch hinzu. Das geht leider nicht. Das geht aber. Dann haben wir das. Dann haben wir noch das. Jetzt noch ein Overkill. Es sind eh 40 Minuten. Mein Gott, der Boss kommt in jetzt. 20 Minuten? Kommt denn? Schon langer Overkill, aber... Ja, ich bin wirklich schrecklich. Obwohl du gesagt hast, es ist schrecklich. Das ist ja nicht. Diese Animation finde ich immer noch irgendwie total unlogisch. Aber gut. Oh Gott, dann auch noch diese Kombination. Puh. Das ist überhaupt kein Schaden. Ach du Scheiße, das ist kein Schaden. Puh, du Heiliger. Na gut, fast 5000 Schaden. Alles klar. Ne. Alles klar, übertreibt doch nicht. 38 werden wir kommen. Mehr geht nicht. Seid ich hätte... Okay. Gott, war das schlecht. HF-Rang. Und trotzdem 130% dazu. What? Nie mehr kriegt gar nichts. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na gut, Stärke? Ähm... Vitalität und... Ah, Agi. Passt so. Agi... Vitalität... Und Stärke. Ja, und Stärke. Muss so. Ja. Du hast auf jeden Fall einen Agi. Stärke und Stärke. Ja, gut. Gut. Du einmal Agi. Intuition, Glück. Und die... Intuition. Passt. Es ist für alle. Agi... Du hast zwei Level-Apps bekommen. So, dein Agi. So. Hier wird verquiet... ... die Willpower-Discovery. Was auch immer die Willpower bringen. Habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Aber gut. Äh, ich würde nicht noch ein Part machen, irgendwie. Aber es muss sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.